Hey und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Minefick da zusammen mit meinem allergrößten Fan Maudado. Ich liebe deine Videos. Hast du schon mal eins von mir angeklickt? Ja, Manu. Hallo, krass. So häufiger mal. Zweimal? Hey, Manu hat wieder ein Video hochgeladen. Oh ja, das gucke ich sofort um 16 und 18.30 Uhr. Nachdem ich das Video angeguckt habe, schaue ich direkt auf seinen Kanal, ob da noch ein Video ist, was ich nicht gesehen habe. Alter Junge, ich habe dich gerade aufgeklärt, dass immer um 16.30 Uhr und 18.30 Uhr was kommt. Da kannst du gar nichts verpassen. Ach, ja, manchmal bin ich ein bisschen doof. Oh, das kann sein. So, du hast Waro 3 gewonnen, ne? Ja, ist das die Qualifikation, damit ich hier mitmachen darf? Ja, ja. Ich finde es gut, dass wir mit ein paar Duten spielen. Ja, finde ich auch. Der, der, der sieht aber ein bisschen... Achso, das ist, äh, halb Sturmwaffel, halb Paletten-LP. Wir haben vier Leute im Team, unfair. Ja, eigentlich schon. Stimmt. Maudado, Gömme Let's Play. Mann, ich komme da nicht. Junge, kannst du mal abbauen. Ich töd dich gleich. Ich, 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 ich baue einfach Stein ab. Das ist richtig, oder? Ja. Für den Ofen. Oder haben wir schon einen Ofen? Ja, ne, einen Ofen brauchen wir erstmal nicht. Wir brauchen ja erstmal Eisen. Wir brauchen Steinwerkzeug und... Ich habe vier Eisen. Was? Woher? Aus den Wänden. Achso. Hier, dann brate das. Hier ist im Ofen drin. Krass, Alter. Ja, äh, was hat man hier für solche Partner? So eine volle Eisenrüstung? Oder so ein bisschen nur... Ja, also, ich habe immer nur eine Eisenrüstung. Aber es gibt auch Molochs, die dann auf einmal mit Full Dia zu einem hinkommen. Und dann ist man instant tot. Das geht auch. Okay, Full Dia, das gibt's auch. Ja, genau. Äh, ja? In welche Richtung muss ich? Was, du das gerade? Den ich da... Nee, nee. Ja, es gibt Wände. Nee, da waren wir gerade eben bei mir. Ernsthaft? Ich glaube schon. Ich will mir mal ein Schwert machen. Oh nein. Ja. Aber ganz schnell. Und warum steht der Typ die ganze Zeit Afgada rum? Genau. Ein Schwert. Im Loch. Ja. Ah, er macht was. Er macht was. Es ist ein Wundergeschehen. Mach ich mir auch noch ein Schwert. Ist er das jetzt? Oder war das Gott schon wieder? Nee, nee, es war ein anderer. Ich glaube, es war ein anderer. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, ist ja egal. Dann sterben wir halt. Ist ja kein Problem. Hier ist Milch drin. Und eine Brust. Okay. Oh, Redstone. Können wir damit Fallen bauen? Ja, bestimmt. Macht das irgendwer? Nee. Also es gibt halt auch TNT in Kisten. Ja, aber ich muss sagen, du bist immer so jemand, der benutzt solche Sachen. Ja. Ich habe einen Raum gefunden. Weil es auch Spaß macht. Okay, dann geh mal hin und helf dir mal. Solche Räume sind zufällig? Ja, genau. Es gibt einmal Sonnenraum, wo halt das Ganze ein bisschen größer ist. Da sind auch öfter mal Monster. Und da sind dann auch meistens zwei Kisten. Und es gibt Räume, die ganz, ganz klein sind, wo einfach nur TNT oder Diamanten drin sind. Und eine Kiste. Das wäre natürlich das Allerbeste. Ja, hier war eine Kiste auf jeden Fall drin. Aber die hat Paluffel gelootet. Oh. Scheißdiele, Alter. Hier, ich mache hier den Ofen hin. Kohle habe ich ja auch hier. Nice. Oh, wir haben ja richtig viel. Ja. Die sind ja richtig reich. Ja, klar, Alter. Und warum ist die im Blau schon tot? Äh, waren die überhaupt... Guck mal nach eben. Äh, im Chat? Ja, ob die schon überhaupt gelebt haben. Nö, die haben nie gelebt. Oh. Äh, die wurden abgetrieben, Alter. Was ist das? Meine Mutter probiert das heute noch. Mich nachträglich abzutreiben. Ist das nicht verboten? Ja, aber pff. Immer so Rattengift schnell in die Suppe. Nice. Manu muss jeden Tag aufpassen, dass er plötzlich was falsch ist. Ja, geprankt. Ja, das ist ja ein Prank. Das ist ja... Ist ja nichts Schlimmes. Ja, eben. Und da ist gerade jemand gestorben. Hülder. Wir sind auch die einzigen, die zu dritt sind. Ja. Hä? Unfairer Vorteil. Geil. Alter, wie viel Eisen haben wir? Was ist denn? Wir müssen im Eisenparadies. Ja. Alter. Ich kann mir ne Brust machen. EZ. Wow. Ich geb dir was. Da. Ich hab dir ne Brust hingelegt. Danke. So ne Lederbrust. Ja, besser als gar nichts. Super. Oh ja. Die neue YouTuber-Jacke, mit der man unsterblich ist. Ja. Hab ich mir gerade gackt. Doppeln sich da auch die Klicks? Ja, ja. Ach man, aber ich hab gar keine Facecam. Dann sehen die das gar nicht. Na doch, hab ich ja eingeblendet. Ach so. Danke für den Leak. Dir schick ich nochmal ein Bild. Hier ein Bild. Ich blende es jetzt ein, Alter. Ah. Das ist er. Ich hasse es, immer diese Abbaugeräusche zu hören. Ich denke immer, alle fünf Sekunden, da will mich einer umbringen. Das ist ja vielleicht auch so. Ja, kann sein. Einer der Zuschauer vielleicht. Klopft gerade gegen den Monitor. Hör da. Sag mal, wo ist eigentlich unser Freund? Ach da. Er steht vor dir. Der ist tot. Ja, guck ihn an. Der lebt nicht mehr. So, hier nimm. Oh. Ja. Ein Upgrade. Ein Upgrade, ja. Und ich bin voll Iron. Zack. Oh cool, er bewirft mich mit Scheiße. Anstatt weiter zu suchen. Kann man Pfeile in Kisten finden oder so? Lohnt es sich, Fäden abzubauen? Ja, schon. Also, immer wenn ich einen Bogen hatte, war das echt ein unfairer Vorteil. Ja, vor allem bei den Gängen halt, wo man nicht ausgehen kann. Ja, eben, eben. Darf ich Eisen? Ja, klar. Immer wieder. Ich nehm alles raus. Klar, dass du Eisen haben, aber erst wenn er alles hat. So, ich grab hier mal in irgendeine Richtung. Hoffentlich wären wir nicht weggeregt, ey. Ich bin bei dir. Nein. Grab doch irgendwo hin. Grab irgendwo hin. Bitte. Man kann sogar einfach Dias so in den Wänden finden. Also, wie im normalen Mielegraf? Genau. Okay, hier ist ne Weltgrenze. Ja. Auf der linken Seite. Was? Hä? Als ob der jetzt nicht verstanden hätte, was ich geschrieben hab. Grab irgendwo hin. Was soll ich denn da... Jetzt. Ist das dein fucking Ernst? Was, was er gerade tut? Er gräbt unter mir. Okay. Ja, vielleicht das... Oh, Mann. Mann. Hätten wir nicht alleine sein können? Jetzt baut er mich zu. Er baut mich einfach zu. Ich bin gefangen. So, ist er irgendwie... Was wird das? Hä? Was macht der Junge? Ich glaub, der ist eben echt ein bisschen verwirrt. Ich hätte es gehört, dass du ihn nicht mehr haben willst. Was denn? Mann, der kann ja nicht mal schreien. Was ist das? Ich versteh den nicht. Hier war mal jemand. Der kann kein Deutsch. Hier ist in Gang. Der bin ich gekra... Obwohl, vielleicht war das Paluffel. Stimmt. Der kleine Schlawiner. Ja. So, okay. Ich hab mir jetzt ne Eisenspitzhacke gemacht. Und es wird Zeit. den Typen loszuwerden. Der hat mich gerade eingegraben. Und das provoziert mich schon wieder richtig heftig. Triggert. Ja. Ich bin getriggert. Ich hör TNT. Was war das denn? Keine Ahnung. Einfach irgendwo in der Nähe. Und dann ist hier was. Froh. Wow. Und was bringt uns das? Sind wir jetzt wieder bei uns? Nee, nee, nee. Wir sind ja nach oben gegangen. Hä? Dann sind wir echt bei den Feinden oder was? Wir sind bei den Feinden, genau. Das ist nur die Frage, wo sind die Feinden? Ja, die sind auf jeden Fall hier. Machen wir ne Schaufel am besten. Oder? Nee, wir sind nicht hier. Prank. Okay. What the fuck? Hast du denn hier hingegraben? Nee, essen brauchen wir nicht. Nee, nee. Gott sei Dank nicht. Oh, hier. Oh, ja. Ich höre Gegner. Oh, ja. Soll ich ne Schaufel trotzdem craften? Ja. Ja, 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 ja. Ich mach ne Schaufel. Und immer schön sneaken. Beim Schaufeln machen. Beim Schaufeln machen. Ja. Ich hab leider auch keine Lava oder so. Das ist halt schade. Oh, ne Fackel. Hier, hier, Manu. Ein Zeichen von Leben. Danke. Ich hör sie. Hier baut gerade jemand ab. Scheiße. Ich seh mein Headset auf. Ich höre sie jetzt besser. Die sind direkt vor mir. Da sind sie. Oh Gott, nicht, dass die da waren. Das ist mein Klon. Hallo. Na, mein Klon. Was ist los, Alter? Oh, nice. Da hab ich ihn weggerackt. Guck mal, hier. Wo ist sein Mate? Was, Klumpi? Oh. Mein Klumpi. Ups. Der League. Klumpi ist eine Annepaar. Ich hab hier Feide. Ich hab Feide und einen Bogen, Manu. Wenn du sagst, damit gehst du ab. Ja, damit geh, Alter. Ich bin wie ein Zäpfchen. Okay. Ihm meine Unterhose. Da oben ist er. Da oben ist jemand. Über uns? Ja. I see it. Oder das ist unser... Nee, ist nicht unser Mate. Das ist grün. Hey, wir sind nur noch alleine mit dem. Was ist das denn, Alter? Ich komm, der schlägt mir jetzt in die Fresse. Schlag ihn. Oh. Der hat dir's. Allah. Und der hat dir's Schwert. Junge, bist du denn verrückt? Was ist denn los bei denen? Der hat die Bücher. Ich kann den nicht lesen. Ein Blumentopf. Das ist auch wichtig. Hier, crafte dir ein Schwert. Eisen schreit er. Wow. Mann. Das bringt uns viel. Danke. Eisen. Das brauchte ich schon immer. So, ich geh unseren Weg zurück. Oder deren Weg, wie auch immer. Weil der Gegner hier scheinbar nicht ist. Was ist der denn? Ist der hier? Warte, Manu. Ich helf dir. Ich grabe unter dir. Das ist... Ja, genau so hat der gemacht, Alter. Mann. Ey, so nervig. Willst du mich triggern, ne? Ja, ich will mich triggern. Bist du das, der da abbaut? Oder ist das... LOL. Unser Mate wurde umgebracht. Oh, den müssen wir rächen. Aber ich, ich wette... Warte mal. Ich, ich frag mal nach. Et A. Hat er dich überhaupt einmal geschlagen? Ach, das geht gar nicht. Hey, wie schreibt man denn zu allen? Oder einfach Slash All? Ah, lol. Du... Alter, Lifehacks mit... Ja, Lifehacks mal wieder. Modedo. Hier ist ein Emerald. Ne, hier ist ein Dia. Das ist... Nur ein Dia, ach. Nur ein Dia, verdammt. Emeralds wären so viel praktischer gewesen. Ich seh ihn. Sein Name. Ja. Oh, so ein Idiot. Ja. Genau, wir haben den jetzt mit dem Schreiben in die Reserve gelockt. Wie viele Pfeiler hast du mir gegeben? Elf. Elf Stück. Elf. Oh. Alter, ganze Elf. Und ein Bogen. Warum nicht elf? Elf? Nee, ich hab gedacht, ein Bogen reicht. Ich werd den jetzt so wegrecken, Alter. Wenn ich den einmal treffe, dann ist der tot. Wo ist der denn? Junge. Ach, wird das schön, den einfach mit dem Bogen zu klatschen. Oh, wir sind da. Renn mal rein. Renn mal rein. Ja. Opfer dich. Oh. Okay, ich renne rein jetzt. Er ist da. Nein, da wohin guckst du denn? Guck dir zum Kompass. Da ist er, wo ich hinguck. Äh. Hä? Hier musst du irgendwo im Gang sein. Da, geradeaus. Renn rein. Komm. Und renn zurück, wenn ich sag, der hat hier bestimmt, der ist hinter uns. Ja, der ist hinter uns. Du musst mal echt den Kompass im Auge behalten. Junger Padawan. Da, da, ist der auch gar nichts. Ist der über uns? Ja, aber egal. Das ist ja trotzdem eine richtige Anzeige. Irgendwo im Gang, oben? Ja, ja. Bestimmt. Der ist bestimmt 100 Kilometer über uns jetzt. Hinter uns! Oh Gott. Warte, renn weg, renn weg. Grab, grab. Was mache ich denn? Der hat einen Totenkopf auf. Was? Ich habe mich richtig erschrocken. Der hatte so einen Skelett-Kopf auf. Nice. Und das war ich mir so einen Totenkopf. Oh ne, hoffentlich hat er keine Pfanne gestellt. Der hatte ja die Zeit. Ne, ne, da ist er. Der will mich... Ja, ich habe mal Flo mit dem Bogen umgebracht. Oh Mann, ey. Ich habe mich richtig erschrocken. Was sind... Das glaube ich, ey. Vor allem, wenn du so eine halbe Stunde nach den Leuten suchst und dann auf einmal so... Äh! Ist er in dir. Das ist schön. Ah. Uh. Ja, war doch eine schöne Runde. Dann bewerte mal den Part. Guck dir in die Videobeschreibung. Da ist Modado. Und Paluffel. Und Paluffel nicht. Ne. Oh. Bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.